Applaus Guten Tag. Sind Sie auch eine Kommission? Äh, Kommionengesellschaft. Weil ich bin dort eine 300-Fache Kommionengesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben. Also, ob man es hört. Und da nebendran die Musik, die ist ja für die Uhren nicht zu übersehen. Da pro so drei, vier Mann von der Feuerwehrkapelle. Freiwillig. Also von der Freiwillig-Feierwehr. Ja, die feiert dieses Jahr, die nächste Woche oder wann ihr 75-jähriges Bestehe vom Jahrestag von der Freiwillig-Feierwehr. Und die Feuer, äh, Feierlichkeiten sind do drin. Aber, wie sagt man immer so schön, warum net? Der Chef von der Feuerwehrkapelle auf der Kommission. Der Sandmeier Emil. Ich hab kurz mit ihm geschwätzt, weil ich hab gesehen, dass er allein do ist. Heiner sagt, Emil, bist du allein do? Richtig. 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 Emil ist wahrscheinlich noch ins Krankenhaus. Und da wohlt sie jetzt net noch do, weil es seht ja doch jeder froh, was er hat. Er sagt, Emil, da sieht man doch net, dass er ins Krankenhaus kommt. Er sagt, ne, sie tät's halt jedem verzehle. Er sagt, ja, die übliche Frauegeschichte heißt, ah, zu dick. Er sagt, Emil, hans, kennst du ein gutes Krankenhaus? Er sagt, joe, städtische. Ich mein Schwichermutter gestab. Wenn Sie jetzt do jemand nom, Anne-Marie Sandmeierfrau, sagt jeder, wer, kenn ich net. Wenn Sie aber sagen, es knippelt hier, ne, sagt jeder, ach, Sandmeier, Anne-Marie. Ah ja, die ist net groß, ne. Bisschen unersetzt. Korbellent. Sieht ein bisschen spaßig aus. So ein Typ wie's Hilde. Jo, früher war die, ach Gott, wie sagt man denn do? So ein Strich und ein Fade, ne. Heide sind wir jetzt Zebrastrei. Ne, wirklich, früher war die eine zierliche Persönlichkeit. Wie do die, wie hessen do die dünne Frau, die mit so durchsichtige Kleder in den Märchen nachts durch den Wald hopse. Alle neuner. Was? Hä? Ach, ja, Models. Da sagt mir Herr Becker, ich weiß es net. Wie kann man so die Weihnachten versauen? Ne, alle neuner. Äh, elf. Und wie gesagt, er ist de Chef von de Freiwillig-Feierwehr. Leiter. Also de Leiter von de Freiwillig... Äh, wie sagt man do? Brandleiter, oder... Sein Vater hat jo früher die Brennerei gehat, ne. Der Emil sagt, das hat er mal grad vorhin gesagt, er wäre seit er 50 ist, wäre er bei der Feuerwehr. 50 Jahre wäre er jetzt dabei. Na ja, der Emil ist 65. Jo, es kommt genau hin. Ja, Moment, dann deet aber do auf der Erfahrene die 75 net stimme. Deet die ja 10 Jahre zu früh probe. Oh, mir ist das egal. Jo, wie gesagt, ich bin do auf der Kommiongesellschaft, ne. Und sitze mich immer hin. Ah ja, Gott, seht's doch schon den ganzen Tag rum. Es hat mit der Essen gebt. Vorhin haben wir Kaffee und Kuchen gehat. Und dann werd's ja gleich wieder was zu essen gebt. Und dann die ganze Gespräche, do, ne. Mein Lieber, Mann. Haben sich vorhin so ein paar über den Terrorismus in der Halle. Do, die Selbstmordattentäter. Ne, seht so eine Frau, ich hab die nicht gekannt. Seht sie, ja, diese Leute kämpfen doch für ihren Glauben. Ne, seht der Herrmann, das glaube ich sie selber net. Seht er, mehr Ältere haben früher ein Schreibwachergeschäft gehat. Seht er, die haben eine Silvesta Feierwerkskörper verkauft. Seht er, ich weiß, wie man mit dem Zeich umgeht. Ne, seht er zu der Frau, was die denn sie sahen, wenn ihr Sohn sich do. Mit so einem Sprengstoffgärtel ins Auto sitzt. Und in der Menschenmenge hoch, äh, sich hoch explodiert. Seht sie, unser Sohn würde das nicht machen. Der hat keinen Führerschein. Ne, und ich noch gesagt, ja, und Lave will ja heut keiner mehr. Ich han schon gesagt, denn ne Selbstmordattentäter gehirrt anschließend der Arsch versollt. Ne, saht der Kohlwerner, ja, wenn man den da anschließend noch findet. Tja, mir lebe in einer Zeit, die hat's früher net geb. Was han dann ich do mal zur Kommion gered. Blume, ne. Über die sich meine Mutter gefreut hat. Und mittags han ich misse in der Nachbarschaft Kuchen austragen. Ja, von meinem Onkel han ich die Uhr gered, aber das war ja auch kein teiere Uhr, ne. Ich hat da net lang gehalten. Ich han, ich weiss nicht, zwei, drei Tage, nur die Kommion han ich im Hof gespielt. Oder was am Fahrrad gemacht. Das heisst ne, ein Fahrrad han ich ja gar kens gehat. Jedenfalls die Uhr leid do auf dem Betonbottel. Mein Vater is mit dem Motorrad drüber gefahrt. Das war die Uhr. Da war die Ziffer platt. Ne, aber was will man jetzt so ume Buh in der heutige Zeit zur Kommion schenken. Die han ja alles. Beziehungsweise, sie kreen's von der Oma kauf. Die hat mir heute Mittag, ich weiss nicht, was vorm isse oder nom isse, sah sie, sie hätt ihm Oliver, das is der Junge, wo er heut Kommion hat, dem hätt sie mo ... Ne, es war beim Essen. Weil sie hat noch gesagt, sie kenn so schlecht kauen, ihr Gebiss wär kaputt. Also jedenfalls, sie hätt ihm Oliver mo so fünf oder sechs von den, was hat man denn do, DVDs do kauf. Wissen Sie, wo man am Computer so schieße und kämpfe kann, ne? Ne, sah sie, also jetzt net als Gewalt. Die, die da angreifen müssen, was ich halt wehre. Sagt sie, ihr Mann hätt früher schon immer gesagt, man darf sich im Leben net alles gefallen lassen. Ah ja. Man muss sich wehre. Der war Lehrer, ne? Ne, sie sagt, sie finden das mit den DVDs so in der Hinsicht für die Erziehung pädagogisch. Sagt sie, ihr Mann, wer mo vor der Schule von Schülern zusammengeschlagen wurde. Als Begründung hätt sie gesagt, sie hätte Langeweile gehabt. Ja, das is, weil die Ältere sich net um die Kinder kümmere. Sie sagt, Oliver, der sitzt stündelang am Computer. Sagt sie, der hat doch eine Ausdauer. Sagt sie, mittlerweile erschießt der die all. Sagt sie, da ist der so gut zu haben. Ne, da hat man gesagt, Oma, schießt du Amur. Na, sagt sie, das war gar net so einfach, ne? Einer hätt sie getroffen, aber auch net richtig, ne? Hat sie gelacht, sagt sie, ich hann dem nur das Bein abgeschossen. Sagt sie, ich bin bei sowas ja net so geschickt. Aber, sagt sie, wenn die Männchen da am Computer abgeschossen wären, sagt sie, die Kreische so grell, das tut ihm ja in der Ohre weh. Ne, jetzt haben Oliver jetzt zur Kommune ein paar Kopierer geschenkt. Ich hätt heute morgen vor der Kirche zum Oliver gesagt, und, hast du die Kraft vom herrlichen Geisch gespielt? Na, sagt er, ja, ja, er hätt 3.000 Euro geschenkt gerät. Mir hann ihm zur Kommune da so, äh, wie sagt man da so, ein Füllheder-Falter. Was sind jetzt schon wieder da? Gehere sie, ja, ja, gehere sie zusammen. Wenn sie, ja, darf ich ja Bruder suchen, der sitzt da. Ja, ne, sie müsse verwandt sind, weil einer allein kann so dumm net schwitzen. Ne, der hat angefangen. Ne, du sagst mal so, Füllheder-Falter. Hüllheder-Falter. Hüllheder-Falter. Ne, wie sagt man da, Tinte-Hüller. Füller. Saat's Hilde, ja, und wenn da schon einer hat. Hei, sag, wenn du dem Geld schenkst, das hat er auch schon. Und er sah die Verkäuferin im Geschäft mit Goldfeder. Boah, ich sag, da müsste ich aber zuerst noch die Sparkasse überfallen. Von seiner Tante hat er ein Handy gerät. Tja, das war natürlich geil. Und unser Füllfalter war, ah, jo. Und ihm ecker hat er gelehrt. Ne, saats Roswitha, ist die Mutter vom Oliver. Saats, ja, die junge Leitschreifer heize da jo lieber mit dem Handy. Ha, ist zum Hilde geseit, da kann er von mir aus mit dem Füller telefonieren. Ich hab mir heut mal in der Kirche da bei der Kommunionfeier überlegt. Da sagt heutzutage kein Mensch mehr was, wenn bei so einer Kommunionfeier der Evangelische in der Kirche sind. Ah ja, wir waren ja früher in der Schule noch getrennt. Wir waren ja doppelt getrennt. Bube und Mädel und Evangelische gese Katholische. Ich hab vor dem Hildeenz gekennt, das war evangelisch, ne. Aber nur so lang, bis es mein Vater erfahr hat. Saja, da kannst ich's heiraten, aber ohne mich. Und das ist doch heizetag gar kein Thema mehr, ne. Diese Mischehe. Oder das andere, wo sie jetzt ermöglichen. Durch diese, wie sagt man das? Durch diese einheitliche Geschlechts-Ehe. Das ist so, wo Männer und Frauen getrennt heiraten, ne. Ja, da kann jetzt zum Beispiel ein Homosexueller ein Schwuler heiraten. Und bei der Frau geht das auch. Heizetag wollte sie nur gut aussehen. Früher musste sie im Wesentlichen katholisch sein. Und da hat man halt geheiratet, weil... Das war doch so. Ach ja, Gott, hast auch bei den Leuten ein paar Morgues, ne. Ne, fühlt man sich ja irgendwann in der Hinsicht auch verpflichtet. Dann hat's mal Zeit gehabt, da haben sie geheiratet, weil sie haben heiraten müssen, ne. War das modern. Und heizetag gehen sie heiraten, weil die Ehe dort vorher nichts war. Man hat ja früher nicht, also ich habe ja früher zum Hilde nicht gesagt, ich hätte mich jedenfalls nicht daran erinnern, Ich liebe dich. Das hat's ja früher in dem Sinn gar nicht gebt. Oder das andere Extrem, wo sie dort die Sprüche machen. Sex im Alter. Also man kann's auch übertreiben. An die Leute heim nichts zu tapezieren. An die Leute heim nichts zu tapezieren. An die Leute heim nichts zu tapezieren. Und wenn man die Leute heim nichts zu tapezieren muss, Wenn ich Geld für den Willen will, geschaffen geh. Wie ich mit dem Hilde... Jetzt mu unter uns. Ich mein... Sind die Tiere zu, ja. Nee, wie ich mit dem Hilde... Das letzte Mal... Ja gut, da ist anschließend der Stefan auf die Welt kommen. Das war vor knapp 27 Uhr. Jetzt kann ich das ausrechnen. Es ist, wie der Herrmann am Stammtisch schon gesagt hat. Leicht neber deiner Frau im Bett. Unfrost, schlof sie schon. Na, sagt die, jo. Ja, das sind deine Möglichkeiten als Mann. Da ist der Keim erstickt. Und dann gehen mir ja spätestens neute Tagesthemen schlafen. Ich hab grad neilig noch zum Hilde gesagt, wär's doch jetzt kein Kinder mehr wollen. Ich weiß ja auch nicht, was die Leute sich da beweisen müssen. Ich weiß ja nicht, wenn sie jetzt im Alter, wo möcht ich noch so zwettnackig im Bad rumlaufen. Nee, mir wär das unangenehm. Man kann hier mal drüber schwätzen. Geht mir doch komisch vor, wenn ich jetzt doch mit dem Hilde... Und dann hat das ja auch was mit Arnstein zu tun. Man kann halt nicht über sein eigener, ähm, wie sagt man... Im Alter wär der Schatte Kerzer. Hatten Sie das vom Richard gebisst? Bäcker Richard. Der schreibt sich aber nicht wie ich mit E. Der schreibt sich mit E. Äh. 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 Also A mit in der Strichelche. Wie sagt man dann? Umleitung oder... Das ist Maria, dem sei Fraß, er durfte kommen hier und... Naja nicht gesagt, was macht denn der Richard? Also den hab ich ja schon ewig nie mehr gesehen. Fangts an, se heile. Satz, Hans, willst du das nicht? Der ist doch seit zwei Jahren gelähmt. Also, wahrscheinlich hab ich doch näherlich noch beim Spaziergehen im Wald getroffen. Und dann haben sie noch so'n kleiner Hund dabei gehat. Ich hab gar nicht gewusst, dass sie ihren Hund hatten. Reicht noch, bei Spaß gemacht. Ich sagte, Richard, wo hast du die Rattea? Ich sagte, die habe ich vor 40 Jahren beim Danse kennengelernt. Jo, wie gesagt, fangen Sie an zu heilen. Irgendwann hätte er gesagt, ich glaube, ich habe mich erkeilt und krieg eine Stirnhöhle-Nebenverärterung. Und in dem Jahr hätte er sich in den Kopf gesetzt gehabt, den Kerschebäumen wegzumachen. Und er sagte, Maria, ich habe noch gesagt, jetzt lass doch um Gottes Wille den Kerschebäumen stehen und warte, bis du gesund bist. Er sagte, aber kennst du ja den Richard. Er sagte, da denke ich ewig dran. Er sagte, ich stehe in der Küche, gucke das Küche, fände ich schon aus, sieh noch auf der Leder stehen, sehen, wie die Leder nur vorne kippt. Seid sich ja noch geruft, Richard, aber net in die frisch gesetzte Bohnen. Satz, und passiert war's. Satz, Hans, kannst du dir denn eine Schrecke vorstellen? Satz, das war eine frisch gesetzte Bohnen. Ja, ne, wer da dabei so unglücklich gefallen, und wer vollkommen querschnittsgelähmt. Ich habe gesagt, Maria, ich habe das nicht gewusst. Satz, ja, das ist schon zwei Jahre her. Satz, das ist schon über zwei Jahre her. Satz, das ist schon über zwei Jahre her. Satz, ich habe mir damals noch gedenkt, der da hat sich ja weiß sämtliche Knochen gebrochen. Aber, Satz, nix. Aber, wer hat querschnittsgelähmt. Satz, das ist schon über zwei Jahre her. Satz, das muss man sich ja mal vorstellen. Satz, der geht, kannst du sagen, als gesünder Mensch auf die Leder und wird ihm als Pflegefall ins Haus getragen. Satz, der Kerschebaum steht immer noch. Satz, der sagt noch, Heinz, war das das jetzt wert? Jo, das wäre gesünder Kerschebaum. Satz, ich habe gerade die Feuchtwoche Kersche hingekocht. Satz, wie eine Wolle, das esse ich mir nicht alles. Und dann Satz, wenn mir Kersche Pannenkuchen machen, Satz, der Richard kann das ja nicht essen. Weil die Kersche wäre nicht entstand. Jo, Satz, ich muss seine Pflege wie ein kleines Kind. Fütterere Wäsche, wie viele. Könnte auch nichts mehr schwätzen. Jetzt hätte sich schon überlegt, künstlicher Darmausgang zu legen. Harn und Darm. Weil Satz, die Plastikbeutel zu wechseln, ist halt nicht so Sauerei, wie immer das mit einer ganzen Windel. Ne Satz, noch, Jo, jetzt esse ich noch ein Stück Kuchen. Ne, geh nicht wieder heim. Satz, was will ich denn machen? Ne Satz, noch, Heinz, ich kann's als manchmal nicht mehr sehen ohne Heere. Heute Mittag wär ihr Schwester bei ihm. Ne Satz, noch, Heinz, ich will bestimmt nichts Schlechtes für der Richard. Aber Satz, manchmal wär's besser. Satz, wenn ich dir erzähle, was ich als Deutsch mache, Satz, da träschst du dich im Grabe rum. Jo, es hat gesagt, das wäre Sauerkersche. Ne Satz, Maria noch, Satz, dann gerade näherlich zu meiner Schwester gesagt, Marianne, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ne, ne, ihr Schwester gesagt, na ja, ich geb ihr doch das mit der Sterbehilfe. Ne Satz, Maria, da hain ich zu Marianne gesagt, oh wei, aber Satz, wenn du dich anschließend um der Richard kümmerst. Und der Satz noch, wie hat's gesagt, ich bin immer auf das Leben nach dem Tode gespannt. Also wenn der Richard mal tot wär. Ich hab mir auch schon mal überlegt, was wär, wenn mir im Hilde was wär. Ja, ne, wenn sich das Bein brecht oder alle zwei, ne. Müsst ich halt eben aufräumen, abstaben, ne, putzen. Gebt man sich vor, wie so eine Hausfrau. Wie so ein Dip. Ne Satz, Maria noch, Satz, wie sie dumm als die Tochter von Neubauer auf dem Zebrastreifen tödlich überfahren. Satz, das war ja auch furchtbar. Satz, sowas ist schon schlimm. Satz, sowas gönnt man ja niemand. Aber Satz, da wird man im Laufe der Zeit damit fertig. Da sagt man sich irgendwann, es Nathalie kommt halt nicht mehr. Aber, wie hat's gesagt, in der Zeit heilen die Wunden. Aber Satz, ich hab das Elend jeder dafür auch. Satz, und du weißt, der Richard ist zäh. Und dann sagt's noch, Jo, ich froh, es hielt ich, ob eine Sauerkersche wolle. Tja, was will man in so Situationen aber auch sagen Wollt mich jetzt Maria gegenüber in der Sache nicht äußere Er ist ja halt kein Sauerkersche Doch der Kommion ist ja auch eine dunkelhäutige Also kenn ich ja Dunkle Haut, braun, also dunkles Brauen Wie soll ich denn sagen, so Wir haben immer die einen Sorten Nusschoklad Halb bitter und so dunkles Brauen Also ohne die Nüssen Ihr Mann ist normal Ich hann zum Russ wieder schon gesagt, hann sagt Samo, ist das eine Mulatte? Ne Satz, ach was Satz, das is eine Cousine vom Horst Die hätte in Koblenz das Sonnenstudio Ja, unser einer, Sie wahrscheinlich auch Passt auf, dass man net aussieht wie ein Nächer Und die tun das regelrecht provozieren Am Stammtisch ist einer, das heißt in letzter Zeit kommt er nämlich so oft Der Krämer Dieter Der hat jetzt Nächerin Ähm Ja, also net gewonnen Kaff Ich weiß net wo Irgendwo da unten auf dem Schwarzmarkt Er hat sie aber noch vor der Mehrwertsteuererhöhung Eiergott, herrsche überall von billig und günstig und Schnäppchen Kriegsch noch was dazu geschenkt Ne Uhr oder wer ist der Deibel was Ne Satz, die Frau vom Malder Manfred Satz, im Dieter sei Schwarzes Wär ein Äh, wie hat sie gesagt Net Schnäppchen Ähm Flittchen Jo, er hätte ein paar Monate ohne Urlaub gemacht Stell dir mal vor, fahrschen den Urlaub zum Erholen Und bring schon Frau mit heim Das ist doch, äh, wie sagt man da, ein Tropfen auf den heißen Stein Oder ich weiß es net Ich hab am Stammtisch schon zum Dieter gesagt Heißer Samu, wenn's im Schlafzimmer dunkel ist, die finsch ja gar net Und wenn's im Schlafzimmer Und da hat's so Leben Sade, er doch, sade, er, wenn det die, der die Hose auszieht, muss die lacher mal lacht der die das hat dass wir alles gar nicht so einfach sei die fangt jetzt an unserer sprache zu lernen da werde ich denn das gedenkt die zusammenhängt jetzt so allmählich der führer schreiten willst du machen das geht ja alles zulasten vom haushalt sada wenn die jetzt anfängt der auf frau zu machen nein ich hätte ihm wie sagt man mit henn und füß zu verstehen gibt sie werden nur dort zum putzen und die pflichte sade die da doch an ich zu der gesagt so dass sie hat sie nicht verstanden sada daheim zu der gesagt vorländische wo du herkommst hast du überhaupt kein rechte sada und hier hast die zivile bevölkerung sada und wenn ich ein bisschen laut bin fangen sie an sie heilen sada und dann bin ich immer gutes mann aber sada das wisst ihr ganz genau so nur dem motto der mohr hat seine schuld erkannt der mohr kann gehen so dann gehen ich immer sonst fange die werke ich nach ohne mich an zu essen heute um gibt es büffet heute mittag hat mir die teller hingestellt gekriegt mit dem essen und heute um muss man sich die teller halt hole ohne essen ja das was wieder so gesagt sagt seins ihr kenne euch heute um ruhig ein bisschen essen mit heim nehmen weil sagt es bleibt ja doch immer so viel über ich ne irgendwo däte pappen deckel däller stehen und frischhaltefolie sie haben ja bestimmt auch schon mal versucht mit frischhaltefolie es geht net kannst du anschließend den blutdruck an der tankstelle messen ich vermute dass die frischhaltefolie ein nervenarzt erfunden hat dem sei praktisch schlecht ganges gut dann hoffentlich ist halt um das bier kälter wie hat mit der kaffee die 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 des Ich muss mit dem Essen aufpassen, dass sich das ... äh ... ja ... rentiert. Ich hab so, den kostet ja auch Geld. Ich hab damals beim Dörfler Richard an seinem 70. eine Flasche Sekt geschenkt. Ich hab's damals so im Macher gehabt, ich hab keine nix essen und nix trinken. Und kann schon net oben sagen, gib mir den Sekt wieder mit heim. Heit oben, da hat man sich jetzt keine beim Essen hinsitze, wo man gewollt hat. Da muss ich auch keine stehenbleibe. Ja gut, da hat nur einen Kaffee trinken, hat der mit dem geschwitzt und der mit dem. Wieso geht? Da hab ich mal kurz neben dem Emil gesitzt. Da sagte er, vor 14 Jahren hätte er da so einen Gehörsturz gehabt. Hätte jetzt das Pfeife im Ur. Sagt er, das ist jetzt ständig permanent Pfeife. Äh, wie hat er gesagt? Gibt's doch so einen ärztlichen Ausdruck. Trinidad. Ach, sieh, jetzt hann ich der Emil gar net gefreut wegen ihrem 75. Ach so, jetzt passen wir auf. 75 und 65 sind, na ja, 140. Da wär ja der Emil 140. Herzlich. Also entweder wär's die Feuerwehr oder der Emil net wie alt er ist. Heit Mittag hann beim Kaffeetrinken die Kuchen auf so Tisch gestanden. Da war eine Frau, die ist um die Kuchen herum geschlich. Hast du gemeint, das wär Gift? Sag sie, sie wird nur durch das Vollwert die Küche zeig isse. Das wär so gesund. Und ich sag, aha. Jo, was hast du gesagt, was da drin wär? Roggemehl und Hirseflocke. Ingwer, Meersalz, Weizeschrott und Süße mit Honig. Da hab ich gesagt, da fehlt dir nur noch die Zinsschnur. Sag sie, ja, sie wär mit ihrem Mann schon so gestraft. Der Herr Zucker. Die hat ausgesehen, wie das Zeich, wo sie ist. So lange verfusselte Hohr. Der Oberraum hatte so, wie soll ich sagen, vier Schal war's zu groß und vier Teppich zu klein. Irgend so gehägelter Fetze. Dann so langer bunter Rock. Und dann, jetzt pass auf, Sandale mit Socke. Ich wollt noch sagen, stell du dich immer näher bei der Käskuche. Da sagte der junge Mann, der wo heute Morgen in der Kirche Geige gespielt hat, das ist mein Sohn. Der wär auf der Walddorfschule. Dann hab ich gesagt, da müsst ihr ja im Ruffing-Franz-Saison kennen, weil der's auch behindert. Das ist mein Sohn. Dann hab ich gesagt, hier. Ein wo früher das Baugebiet war, das haben sie dann als Baugebiet umgebaut. Das war schon 30 Jahre her, da war ja diese Geflügelzucht zwischen vier Eiern und da oberhalb steht ja noch das alte Schulgebäude und dort war anfangs der 80er Jahre Asylante drin. Das war aber Käfighaltung. Also die Geflügelzucht. Der Scherer-Werner, der hat ja Dummels noch das Haushaltswaregeschäft gehabt. Seid er, wie die Asylante kommen sind, hätte er anfangs in der Woche als über zehn Messere verkauft. Also an die Einheimische. Er sagt, an die Nähe habe ich noch keinen Penning verdient. Er sagt, die kommen auch nur da her und holen. Wie die Zigeiner. Ich schiebe alles auf die Vergangenheit und die Vertreibung. Obwohl, Zigeiner darf man ja nicht mehr sagen. Ich sage jetzt immer, statt Zigeiner, Zigauner. Äh, wie nennen die sich? Roma. Dürfen alte Campingplatz hingewillt. Die wollen aber weiterziehen. Oder müssen weiterziehen. Ich habe vor ein paar Tagen den Meierkurt getroffen. Dann habe ich gesagt, sind die Roma schon fatt? Sade, Hans, das kann ich dir net sagen. Sade, ich kann dir nur sagen, dass unser'n Chessikas'n' Fahrradfahrt ist. Wie sie jetzt war ich Männer. Um jetzt auf die Anna, sagt er, noch einmal zurückzukommen. Da haben sich ja damals die Anwohner, die da unmittelbar gewohnt haben, haben sich beschwert wegen der Geruchsbelästigung. Also von der Geflügelsucht. Und da ist die ja dann dort wegkommen. Und dort soll jetzt, deswegen komme ich da drauf, dort soll jetzt ein Heim hin für körperlich und geistig behinderte Kinder. Also wird umgebaut. Und das ist ja, kann ich sagen, jetzt nicht Stadtmitte, aber Mitte in der Stadt. Das war auch wieder so eine politische Entscheidung vom Stadtrat. Die eine haben es so gesagt, die andere haben es so gesagt. Und so kommt es jetzt auch. Wie haben sie gesagt, man müsste Behinderte integrieren. Kann man ja. Man kann sie ja unter sich integrieren. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Ja, man muss das auch mal weiter denken. Da kommen bestimmt mal Spielplätze hin, wo vielleicht auch mal gesunde Kinder spielen. Wollte Sie, dass Ihr Kind mit so einem körperlich und geistig behinderten Kind spielt? Das ist nicht ansteckend, aber muss nicht sind. Natürlich müsse die in der Hinsicht betreut werden. Man kann sie ja nicht auf sich stellen, aber nicht mitten im Ort. Immer so spricht der Heere, man müsste auf Minderheiten mehr Rücksicht nehmen. Ja, ich hatte allmählich den Eindruck, dass die Minderheiten die überzahlt sind. Wenn nicht die herrscht, die wäre nur vertrieb, verfolgt und unterdrückt. Am meisten jammere immer noch die Indianer und die Frauen. Will ich Ihnen grad was erzählen. Mir hat neulich gesagt, sei fra, die daheim nicht jammere. Nur im Gegenteil, das muss gemacht werden und so wird's gemacht und so und so. Na, ich sagte, du musst aber, äh, ja. Also wenn du da nicht aufpasst, kannst du die Oberhand aber gleich abgeben. Ich sagte, du musst ja mal aus dir hinausgehen und ihr die Meinung sagen. Nein, ne, ein paar Tage später noch mal getroffen. Ich sagte, und, hast du den Heemt mal ordentlich auf den Tisch geschlagen? Ich sagte, nein, das hätte seine Frau gemacht. Und dann sagte er noch, Hans, jetzt mal unter uns vier Aue. Ich sagte, er, die das nicht gut finden, dass man Frauen nicht schlagen darf. Also er sagt, keine Schlägerei. Also, dass die zurückschlacht. Ich sagte, nein, so weit käme es noch. Nein, er sagt, so, dass er merkt, bis hier hin und bis hier hin. Und, ne, wie beim Hund, wenn man sagt, pfui. Ich sagte, der Hans, die reizt mich als Biss aufs Messer. Und ich sagte, rech dich nicht auf. Also, bei mir ist es ein ganzer Besteckkaste. Ja, daher kommt der Ausdruck, ich schlage dir hin und die Löffel. Oder sie gibt den Löffel ab. Neulich hätt sie zu ihm gesagt, wenn du so weitermachst, den sie ausziehen. Und das muss er irgendwie falsch verstanden haben. Dann hat er gesagt, nackig geh schon mal A auf die Nerven. Es hielt die kommt A, als mit so Schnapsidee. Ich sagte, ihr Männer müsstet mal die Kinder kriegen. Ich sagte, noch trinke ich mein Bier im Eckstübchen und nicht im Kreißsaal. Ja, du musst dir eben aufpassen, dass du, soll ich denn sagen, dass man sich in der Hierarchie dorthin stellt, wo oben drüber keiner mehr hinpasst. Sonst bist du schnell, äh, sagt man dann. Doch, wie heißt denn das, wenn der Heem die Frau die Stellung bevorzugt? Ähm, Materialismus, oder, wie ist es nicht? Gibt's ja noch so neimodischer Ausdruck. Ähm, wie sagen sie dann immer? Was, ob ich es muss? Ah. Sitzen Sie sich jetzt dort? Ne, wie sagen sie dann? Gütertrennung. Heit Mittag beim Essen war der Pacher da. Und so hat er über Religion geschwitzt, ne? Und auch über das, äh, wie sagt man dann, äh, Zölipat. Wissen Sie, das ist, wo Paare nicht heiraten müssen. Äh, Mann, wie sagen sie noch dazu? Gottes Segen. Ich hann zum Hilde schon gesagt, ich hann gesagt, wenn ich's noch mal zu entscheiden hätt, die dich auch Paare wäre. Satz Hilde wär ich vielleicht der Haushälter reden. Ha, ich sag, jo, und der Stefan ist der Mistdiener. Ha, ich sag, nee, eben nicht. Und dann haben sie noch da über die Schande der einzelnen Völker geschwitzt. Wissen Sie, wo die sich so zwischen Sachen für der Rest vom Leben ergrätzt ans Bein gebunden haben. Na ja, zum Beispiel die Italiener, ne? Also, die alten Italiener, ne? Die Römer, ne? Naja, die Hanio, der Jesus gekreuzigt, ne? Und so was bleibt ewig hängen. Deutschland. Zweite Weltkrieg. Gut, es ist Geschichte, ne? Durch die Vernichtung von dem Antisemitismus. Das ist und bleibt, äh, soll ich nicht sagen, eine buchstäbliche Träne im Knobloch. England. Fußball-Weltmeisterschaft. 1966. Das Tor, wo kein's war. Im Lebe war das kein Tor. Im Lebe, ne? Eine Schande auf Lebenszeit. Ich han schon gesagt, deswegen hat der Engländer auch kein Euro. Das ist denen halt noch unangenehm. Holland. Wenn Sie im Sommer mit Ihren Wohnanhängern über unsere Autobahnen fahren, ne? Tja, so hat jede Nation ihr Schandfleck, ne? Pole. Ah, gutes Beispiel. Gut, das ist jetzt kein Schande. Klausio. Krankheit, ne? Frankreich. Schwitzt halt kein Mensch mehr davon. Was han dann die Dumouls während der Revolution, ne? Tausen Sie mit dem Fallbeilf. Aufgehängt. Nennt du mir nur eine Nation, die ihr weiße West hat. Der Nächer nützt das regelrecht aus, dass er schwarz ist. Weil er genau weiße ist der Nächer. Der setzt seine Hautfarbe in wie ein schwerbehinderte Ausweis. Oder wo sie immer sagen, mir täte die andere Länder die Drecksarbeit machen lassen. Da ist wo Länder wie Afghanistan, ne? Die müsste es Rauschgift anbauen. Und bei uns täte es nur die Fies hochlegen und in Seele ruhe das Zeich rachen. Und es täte nur deswegen so viel Geld für das Rauschgift bezahlt wäre, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Das heißt, in der Palze wäre die Kartoffele auch nicht nur zum eigenen Verzehr angebaut. Irgendwann machen sie dir noch Vorhaltungen, weil die Kartoffele ischt. Die Drehe dir aus Kartoffele erstrickt. Denne französische Rotwein, denne sauft der Russ. Gott, ne, ich habe im Stammtisch drüber geschwitzt. Haben sie gesagt, denne französische Rotwein kauft entweder die russische Mafia oder der Aldi. Das kommt alles da von dem internationalen Import-Export. Wie sagen sie denn dazu? Die Nachfrage nach dem Angebot. Oder der Araber. Was der alles kauft. Alles. Der Araber hat Geld wie Gott in Frankreich. Der Araber hat so viel Geld, der könnte sein eigenes Öl kaufen. Das ist ein Reichtum, denne kann sich unser einer vom Mund absprachen. Der Araber kauft alles Uhre. Ja, nicht eine Uhr. Der kauft das ganze Geschäft. Der kauft Hotels. Fernsehsender. Städte. Ganze Länder. Der Araber. Der Araber hat nicht Eero bis die ganze Welt arabisch ist. Ich habe schon gesagt, Italien hieß dann Arabiata. Nein, das war jetzt nur so. Aber warten wir, was ich dir sage. Die sind über Nacht mit ihrer Kamele schneller da. Also, wie du dich herumdrehen kannst. Und dann hieß es wieder, ja, wir haben das nicht gewusst. Der Pacher hat gesagt, das gibt noch ein Problem mit dem Islam. Der hat gesagt, das gibt ein regelrechter Religionskrach. Ja, da kann man nur beten, dass die sich verlaufen. Wenn sie sich auf die Velo hermachen. Der Pacher sagt, das gibt dann wieder eine ungleiche Auseinandersetzung. Wie damals schon wieder gesagt. Du, mit denen jetzt weh. Da wird gegen Golat. Nur, dass in dem Fall, und das sage ich dir. Der Golat hingeht. Ihm da wird an die Backe schlacht. Dem die Schleuder abholt. Und sagt, für dich ist ab heute fünfmal am Da da hinten Oste. Und bleib auf dem Teppich. Klar, aber sieh, dass man mit dem Teppich doch fliehen kann. Ja, aber über sowas hat man sich früher gar keinen Gedanken machen müssen. Du hast man in die Kirche gegangen, hat guter Mann singen gelöst. Ja, hast du im Fernsehals immer gesehen, wenn die da unten rumgepilchert sind. Das war ja eh nicht Deichner. Das war ihm doch egal, ob das jetzt Jute, Muslims, Islamer oder Muslime waren. Ja, aber die wäre jetzt allmählich hektisch. Die greife hier sogar den Papst an. Ich die doch von denen nicht in der Angreife. Tja, aber das ist seit die Mauer weg ist, schwappt das alles da rüber. Der Papa sagt, da treffen dann Kulturen aufeinander. Ich sagte, ja, Kulturen, die haben hier daheim in die Joghurt geriert. Aber das ist das, was ich schon immer gesagt habe. Das ist das Problem unserer Auswanderungspolitik. Der führt jeder zu unseren. Und die haben die Bombe schon im Sack. Und wenn von uns einer ins Ausland will, hast du einen Nachlpfeil dabei, kannst du hin am Flugzeug herlaufen. Einbürgerungstest. Ja, wenn die Mauer sind, ist es zu spät. Ich steh die doch ohne Teste. Bevor sie mit ihren Schiffen los treiben. So Fragen wie, sind sie wasserdicht? Oder sind sie seekrank? Die kommen da her und kurzen uns ins Land voll. Breche die Gesetze. Lachen Sie mal. Lachen Sie mal, 75. Wenig auf 65. Ist doch zähle. Weil der Emil gesagt hat, er war 15, wie er zur Bundeswehr ist. Äh, Feuerwehrwehr, Feuerwehr war, äh, Feuerwehrgang ist. Das ist und bleibt des Pudelskern. Der Emil hat vorhin durch die Kommunion mit ihnen zusammengestanden. Da haben sie gesagt, sie hätte was Wichtiges zu besprechen. Dann habe ich mich dazu gestellt. Und da haben sie dann doch über was anderes geschwätzt. Ne, sagt der Anna, sagt er, ich weiß nicht, ob das noch Verwandtschaft ist, von Roswitha ist egal, sagt er, sie hätte früher in der DDR gewohnt, also wie die Mauer noch gestanden hat, also wie die DDR noch Oste war. Ist ja jetzt alles Weste. Ah ja, Oste ist ja jetzt viel weiter da hin, irgendwo, ne. Ganz da unten. Wie sagen sie denn dazu? Der Nahe Osten. Jona hat er erzählt, wo sie überall schon Urlaub gemacht hätte. Fürstjahr hätte sie zusammen mit seiner Frau Kreuzzüge gemacht. Kreuzfahrt gemacht. Und da hätte sie obends beim Kapitän Gis. Na, ich noch gedenkt, der wird sie schön bedankt haben. Ah ja, mit dem Busfahrer darf sie während der Fahrt ja auch nicht schwätzen. Und schon gar nicht mit dem Kapitän, wenn er schifft. Ich habe nichts gesagt. Und nächstes Jahr wollte sie irgendwie, wie hat er gesagt, da unten aus, ans Schwarze Meer. Und ich noch gesagt, nur Afrika bringt mich so schnell Kenner. Na, sagt der Anna-Torpe, so ein bisschen überheblich. Sagt er, sie glauben ja gar nicht, was man da erlebt, wenn man so eine Reise macht. Heißt er, doch. Heißt er, der Kollege von mir, der hat Urlaub gemacht mit dem Auto. Na, heißt er, hat er damals seine Musik-CDs mitgenommen. Heißt, wie sie da unten im Urlaub angekommen sind, hat er doppelt so viele CDs gehabt wie vorher. Na, sagt der Anna, wieso denn das? Heißt, seit ich sind über der Brenner gefahren. War gut, ne? Du, der Anna hat mich angeguckt, wie ihr Patient, den man bei der Operation aus der Narkose wach macht und fragt, tut's noch weh. Da auf der Kommunion ist einer. Ist auch so arrogant, nett und ingift, unsympathisch bis zum Anschlag. Tatsächlich ist er Ingenieur, aber vom Gefühl her, er dumm schwitzt er. Ich hab mit dem noch kein Wort geschwitzt. Du, mit den ganzen Temperaturen, dass das alles wärmer wird, sagen sie, das käme doch von der Klimaveränderung, ne? Ich weiß es nicht. War doch neuerlich im Fernseherbericht, ne? Wo sie gesagt haben, die Pole, die das schmelzen. Nee, aber ob das mit der ganze Umwelt da, ob das alles so stimmt, wie die das im Fernseher immer sagen. Die haben ja schon vor zehn Jahren gesagt, die Umgehungsstrauß käme. Bisher hat noch nichts passiert. Temperaturen. Temperaturen hat's früher schon gehabt. Der Mensch muss das immer alles da übertreiben. Das hat damals alles angefangen, da mit dem, wie heißt denn das, wo es so ein Haufen Geld kostet, Trenn kostet. Weißt du, wo es die Dose und Flasche aus Papier, Pappetickel, Trenn? Ich hab am Stammte schon gesagt, wenn durch die ganze Klimaerwärmung die Meeresspiegel immer weiter ansteigen, hat man nicht mehr so weit von's Wasser. Man muss es aber auch so sehen, wo sie immer sahen, da mit ihrer Emissionsschadstoffausschüttung. Früher hat sie noch viel mehr in die Luft geblost. Ist auch nichts passiert. Also. Wenn man warm gehattert hat, hat man die Jagd nicht angezogen. Wenn man kalt gehattert hat, hat man sie nicht ausgezogen. Gefühlte Temperaturen. Ja, vom Gefühl kenn ich, wer hat sie da Urlaub gebraucht. Aber tatsächlich hab ich nur acht. Dort der erhöhte Eintritt ins Rentealter. Das ist ein Klimawechsel. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass das mit den ganzen Schadstoffe, dieser Treibgaseffekt, dass das alles durch das Ozonloch abzieht. Ja, solle sich die Experten drum kümmern. Unser Ender kann da ja nix dran machen. Oder der Amerikaner. Ist ja bei allem immer gleich dabei. Da sind ich in Zukunft sowieso schwarz. Ja, die Amerikaner haben ja gesagt, sie wäre beim Klimaschutz, wäre sie Vorreiter. Und da sagt der Schindler, Gregor, das ist dann aber ein Pferd ohne Beine. Ich weiß es nicht. Ein Pferd ohne Bein dreht doch auf der Stelle. Da hat neulich in der Zeitung auch so ein Experte gesagt, durch die Umweltbelastung, da schwebt über uns ein Domestos-Schwert. Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat. Vielleicht, weil die ganzen Putzmittel so scharf sind. Es ist wie bei allem. Es gibt immer ein Für und ein Weder. Die Ene sind für die Todesstrafe. Und die Andere wollen wieder die Todesstrafe. Ja, sie lachen. Auf der Welt sind die Länder, die die Todesstrafe haben, in der Mehrheit, in der Überzahl. Und da macht man sich schon seinen Gedanken. Muss ja Grund geben. Verstehen Sie mich nicht richtig? Ich bin nicht für die Todesstrafe. Kommt immer drauf an, für was? Ach nee, du musst schon ein vernünftiger Grund vorleihen. Es sind ja auch schon Leute hingerichtet worden, die es gar nicht waren. Wie sagen Sie, immer aus Mangel an Beweisen. Es gibt ja auch so einen Fachausdruck. Kunstfehler. Es gibt ja auch verschiedene Todesstrafen. Das mit der Giftspritze. Elektrischen Stuhl oder Aufhänger. Gut, man muss es auch so sehen. Nehmen wir mal an, die Merke, der Verurteilte vertrat das Giftzeichnet. Und da kann man immer noch sagen, alle Hoptern sitzen wir noch auf dem elektrischen Stuhl. Bevor uns die Falte hier verkotzt. Obwohl bei dem elektrischen Stuhl ist bestimmt auch schon ein paar Mal die Sicherung rausgeflogen. Es hat ja auch schon viel gegeben, wo einer der elektrische Stuhl überlebt hat. Muss man sich immer vorstellen. Der braucht doch für den Rest vom Leben keine Batterie mehr zu kaufen. Der lutscht eh nur am Akku, ist der voll. Ich habe mir neulich daheim im Badezimmer auch so spezielle Sicherung in Bau gelöst. Weißt du, so ein FI-Schalter. Das ist, wie soll ich Ihnen das erklären? Damit der Strom schneller rausspringt. Stell dir mal vor, es sitzt einer in der Badewanne, dem anderen fällt der Föhn ins Wasser. Es hielt die hätte keine Chance. Aber du mit so einer speziellen Versicherung, äh, Sicherung. Jo, du, steht vielleicht für zwei Sekunden die Frisur. Wie ein Frottehanduch. Von Herr Hoffmann persönlich gestärkt. Und die Stuppe von der Badewanne hängt an der Deck. Aber es hielt die, wer sauberer wie mit Ultraschall. Um jetzt nochmal auf die Todesstrafe zurückzukommen. Wir gehören zu den Ländern, die die Todesstrafe nicht haben. Wir sind dort auf anderen Gebieten. Also mir haben die Todesstrafe nicht mehr. Ich war abgeschafft. Nur 1949. Obwohl die so mal Zeit ans Arme abgeschafft haben. Ich bin sogar 1950. Das hat jetzt so die mit nichts zu tun. Und die Sommerzeit haben sie aber 1980 wieder hingeführt. Ja, gründige Panze. Naja. So. Sehen wir mal, sie kommen hier unten. Schlimmer auch, dass die Ersten schon gegangen sind. Und dass die Letzten noch so wissen. Wie unser Para früher in der Schule immer gesagt hat, die Ersten werden die Letzten sein. Also die Letzten werden die Ersten sein. So fährt man gar nicht, wo man sich die Zustelle fühlt. Gut. Also. Arrivederci. Oder wie der Italiener sagt, Glück auf. Und die Letzten. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020